Herzlich willkommen zu Mein Fichtelgebirge. Ich bin heute wieder in Weißenstadt, in meiner Heimatstadt. Und ich bin heute am See, der im Moment eigentlich gar kein See wirklich mehr ist, denn er hat einfach kein Wasser mehr, was für so ein See aber eigentlich elementar ist. Warum? Ganz einfach, hier wird abgefischt. Das ist genau das, was man hier im Hintergrund sieht. Abgefischt wird deswegen, weil zum einen macht man das alle ein paar Jährchen mal, das letzte Mal, soweit ich weiß, vor 13 Jahren. Und zum anderen hatten wir in Weißenstadt ein Blaueigenproblem. Und das versucht man eben durch Erneuerung des Fischbestandes jetzt in den Griff zu bekommen. Und wie das Ganze vonstatten ging, was da so über die ein, zwei Tage passiert ist, das könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Und wie das Ganze vonstatten ging, was da so über die ein, zwei Tage passiert. Und wie das Ganze vonstatten ging, was da so über die ein, zwei Tage passiert. Und wie das Ganze vonstatten ging, was da so über die ein, zwei Tage passiert. Und wie das Ganze vonstatten ging, was da so über die ein, zwei Tage passiert. Und wie das Ganze vonstatten ging, was da so über die ein, zwei Tage passiert. Und wie das Ganze vonstatten ging, was da so über die ein, zwei Tage passiert. Und wie das Ganze vonstatten ging, was da so über die ein, zwei Tage passiert. Und wie das Ganze vonstatten ging, was da so über die ein, zwei Tage passiert. Und wie das Ganze vonstatten ging, was da so über die ein, zwei Tage passiert. Untertitelung des ZDF, 2020